In diesem Video werde ich dir jetzt verraten, mit welchen 5 Strategien ich über 19.000 Follower auf LinkedIn aufgebaut habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Strategie und zwar die erweiterte Suche. Das bedeutet hier oben diesen Suchschlitz oder dieses Suchfeld kennst du vielleicht bereits, aber die wenigsten Leute nutzen dies, um sich mit ihrer Zielgruppe zu verknüpfen. Und das bedeutet, man könnte zum Beispiel einfach Geschäftsführer eingeben, um mal so eine grobe Richtung sozusagen einzugeben. Immer abhängig davon, mit wem du natürlich zusammenarbeitest in deinem Alltag. Und dann klickst du hier oben auf Personen und kommst jetzt natürlich an relativ viele Leute hier ran. Du siehst, das sind 5 Millionen Leute. Wenn wir jetzt noch Deutschland dazunehmen, gucken wir mal, was er dann ausspuckt. Das sind hier 437 Leute. Jetzt hast du mehr oder weniger alle Geschäftsführer, die es auf LinkedIn so gibt. Es gibt natürlich noch so Sachen wie CEO oder so, aber wir nähern uns schon mal relativ gut, vielleicht auch deiner Zielgruppe an. Dann kann man hier oben auf alle Filter klicken und das Coole ist, dass man hier natürlich jetzt deutlich mehr Möglichkeiten hat. Was ich zum Beispiel immer machen würde, gerade im ersten Schritt, ist in die Region zu gehen und zu sagen, hey, spuck mir mal die Geschäftsführer in Hamburg aus. Was mich ein bisschen wundert, das ist, ah, dann ist es so, sind es 23.000. Und natürlich bestenfalls weißt du auch natürlich aus welcher Branche die interessant sind, die Geschäftsführer für dich. Und könntest hier unten zum Beispiel die Branche angeben und sagen, was weiß ich, Business Consulting und Unternehmensdienstleistungen sind interessant. Und hast jetzt am Ende hier 1800 maßgeschneiderte Geschäftsführer. Ich weiß nicht, wie viele Kundinnen und Kunden und Aufträge du so pro Monat gewinnst. Aber mit 1800 kann man schon relativ gut arbeiten, wohlwissend, dass die alle in Hamburg sitzen. Ein cooles Feature zeige ich dir noch und zwar kannst du hier sowas machen wie zum Beispiel NCEO. Das bedeutet, dann addiert er das, weil die Leute sich natürlich unterschiedlich nutzen. Und du siehst, hier müssten jetzt beide angegeben sein. Ich meinte eigentlich OR CEO. Und dann müssten es eigentlich mehr werden. Und du siehst, es sind ein paar mehr geworden, weil er jetzt dir Leute anzeigt, die entweder Geschäftsführer haben oder CEO haben. Und jetzt würde ich diese Leute tatsächlich hinzufügen. Ich würde mir sie auch immer natürlich angucken, wer für dich wirklich interessant aussieht. Wirklich sowas wie Sympathie kann ein super simples Merkmal sein, was man sich einfach angucken kann. Und natürlich gucken kann, ob du der Person mit deiner Dienstleistung helfen kannst. Und wenn du jetzt siehst, was weiß ich, Sebastian in dem Fall, dem kannst du helfen, dann würde ich dem einfach eine Vernetzungsanfrage stellen, auch ohne Nachricht. Unsere Erfahrung zeigt, wenn dein LinkedIn-Profil optimiert ist, ein Video habe ich dazu gemacht, findest du unten in der Beschreibung, dann nehmen die Leute das auch an. Und du hast eine höhere Annahmequote, wenn du keine Nachricht hinzufügst. Und dann gehst du wirklich diese Leute durch, guckst dir ganz genau an, zum Beispiel, was weiß ich, Nexum oder Trustlock, guckst dir nochmal die Firma ganz genau an, ob du denen helfen kannst, ob das ein potenzieller Kunde ist oder nicht, springst auf deren Seite. Und wenn das was ist, dann fügst du diese Person einfach hinzu. Das fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen merkwürdig an, das kann ich total nachvollziehen. Aber tatsächlich, der CEO von LinkedIn hat 2014 schon gesagt, dass LinkedIn die größte Plattform für Social Selling werden will und sein soll. Das bedeutet, das Verknüpfen mit Leuten auf der Plattform ist völlig gängig und gehört dazu. Und das bedeutet, du kannst so um die 100 bis 150 Leute pro Woche hinzufügen. Und das würde ich dir absolut empfehlen. Das Coole ist, wenn du mal so einen Filter hier gebaut hast, du hast den ja wirklich so zusammengestellt, kannst du den einfach als Lesezeichen hinzufügen und auch immer wieder dazu zurückkehren. Das bedeutet, du kannst wirklich 20 Leute hinzufügen an einem Tag, dann die nächsten am 20. Und auch wirklich kreativ werden mit diesem, es gibt noch alle möglichen Sachen. Es gibt AND, OR und NOT. Da kann man alle möglichen Sachen machen, zum Beispiel irgendwie Consultant, NOT, SENIOR. Und jetzt würde ich zum Beispiel Consultants in Hamburg bekommen, die keine Senior Consultants sind. Und da kann man natürlich extrem gut seine Zielgruppe wirklich erreichen. Und es gibt keine andere Plattform, wo man wirklich Führungskräfte, Entscheider und auch Geschäftsführer so leicht erreichen kann, wie über LinkedIn. Also Strategie Nummer 1, um Kontakte aufzubauen, mindestens 100 Leute pro Woche hinzufügen. Aber die richtigen Leute hinzufügen, mit denen du auch potenziell zusammenarbeiten willst. Zweite Möglichkeit, die ich dir zeigen will, ist natürlich so ein bisschen zu überlegen, wer sind die Leute, die heute schon deine Zielgruppe haben. Schönes Beispiel ist vielleicht Michael Bogner, die mit Perspective einen unglaublich coolen Job machen und Leuten dabei helfen, Funnels aufzubauen. Und das sind natürlich auch Leute, die für uns recht interessant sind, wenn es um das Thema LinkedIn-Marketing geht. Und das bedeutet, ich könnte natürlich bei Michael jetzt reinhüpfen und mir mal seine Leute angucken, die diese Beiträge hier geliked haben. Und du wirst immer sehen, dass natürlich als erstes die Leute angezeigt werden, die bereits mit mir auch verknüpft sind. Das bedeutet, die sind nicht so interessant. Aber ab hier geht sozusagen die zweiten Gerades los, siehst du. Und hier kann ich natürlich mal angucken, wer vielleicht auch für mich interessant sein könnte und würde jetzt vielleicht hier ein paar Leute irgendwie aufmachen. Eine Agentur könnte vielleicht interessant sein. Software könnte vielleicht interessant sein. Branding, Grafikdesign hört sich spannend an. Und Verkaufen hört sich spannend an. Mova vielleicht nicht. E-Commerce hört sich auch nach Beratung an. Und zack, hört sich auch spannend an. Und das hört sich auch spannend an. Das Coole ist natürlich, dass ich dadurch direkt Leute habe, wo ich weiß, dass sie potenziell auch eine Überschneidung mit meiner Zielgruppe haben. Und dann kann ich tatsächlich diese Leute einfach hinzufügen. Würde es genau so machen. Zack. Und füge die Leute hinzu. Das Coole daran ist, wie gesagt, dass du direkt Leute hast, wo du weißt, dass die auch auf deiner Zielgruppe sitzen. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Und du hast natürlich das Vertrauen. Das bedeutet, wenn diese Leute mich jetzt annehmen, sehen sie, dass unser gemeinsamer Kontakt Michael Bogner ist. Und das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auf eine Vernetzung mit dir einlassen. Und das ist wirklich Tipp Nummer zwei. Auch eine gesunde Kombination machen. Kannst wirklich dir vielleicht auch so fünf Leute mal raussuchen auf LinkedIn, die eine gleiche Zielgruppe haben wie du. Vielleicht ein anderes Angebot, einen anderen Service. Und dann dir Leute zu schnappen, die bei denen interagiert haben, kann ein perfekter Aufhänger sein, um die richtigen Leute hinzuzufügen. Kann auch wirklich sein, dass du so halb-halb machst. Halb Leute hinzufügen aus der erweiterten Suche und die Hälfte aus Kontakten von deinen Kontakten. Das sind tatsächlich die ersten zwei Tipps, die ich dir geben kann. Und ich hake hier mal kurz nebenbei ab, damit ich dir auch alle fünf an die Hand gebe, um dein Netzwerk so schnell wie möglich aufzubauen. So, der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du tatsächlich bis 10.000 Kontakte auf den Creator-Modus hier verzichtest. Und du siehst das bei mir, ich deaktiviere den mal kurz. Und dann sieht es am Ende so aus. Und der große Vorteil ist, dass sich in dieser Phase bis 10.000 Kontakte die Leute mit dir vernetzen. Und das ist tatsächlich gerade am Anfang ein immenser Vorteil, weil du dann den Leuten Nachrichten schicken kannst. Das bedeutet, der große Vorteil ist, und ich hoffe, dass du eine gewisse Geschäftsabsicht hast, wenn du hier auf LinkedIn unterwegs bist, dass du den Kontakten dann wirklich noch eine Nachricht schicken kannst. Ich kann meinen Followern zum Beispiel keine Nachricht schicken, ohne dass ich irgendein Guthaben brauche und dafür bezahlen muss. Und das bedeutet, bis meiner Meinung nach 10.000 Kontakte lohnt es sich nicht wirklich, diesen Creator-Modus einzuschalten. Ab 10.000 Kontakte macht er meiner Meinung nach Sinn, weil es dann darum geht wirklich und sein Content immer besser wird, mehr Leute noch zu erreichen und es ist natürlich leichter für Leute am Ende dir zu folgen, als sich mit dir zu vernetzen. Und der zweite Part ist, wenn du sozusagen einen Funnel hast dahinter, dann macht meiner Meinung nach auch der Creator-Modus sozusagen mehr Sinn. Das bedeutet, du machst Content und schickst die Leute dann in den Funnel rein, dann macht der Creator-Modus Sinn. Das haben aber wirklich die wenigsten Leute, gerade speziell für LinkedIn. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam bauen, wie sie wirklich die Leute von LinkedIn runterbekommen, in den Funnel bekommen und dann bestenfalls in Anfragen konvertieren. Dritter Tipp. Vierter Tipp. Meiner Meinung nach ein relativ cooler ist, sich mal Influencer zu suchen auf der Plattform. Das bedeutet, wirklich mal hinzugehen und sich zu überlegen, wer ist in meinem Markt unterwegs, so wirklich auf der obersten Ebene. Und zum Beispiel, ein schönes Beispiel ist hier Johannes, der in der E-Commerce-Szene natürlich unterwegs ist. Und was man machen kann, um sich mit Leuten auch am Ende zu vernetzen und mehr Leute zu bekommen, die auch auf einen zukommen, ist wirklich regelmäßig bei diesen Leuten zu kommentieren. Und das hört sich jetzt banal an, aber du siehst hier so einen Post mit fast 500 Likes von Johannes, erreicht natürlich immens viele Menschen. Das bedeutet, wenn du hier kommentierst, sehen das verdammt viele Menschen. Und mein Tipp ist da, und das ist auch etwas, was ich gemacht habe und heute noch mache, wirklich so, geh mal 10 Influencer rauszusuchen und da wirklich regelmäßig zu kommentieren. Und da gibt es tatsächlich einen relativ simplen Trick, um diese Posten nicht zu verpassen. Du kannst hier, und du siehst es, ich habe diese Glocke hier aktiviert. Das Coole ist, jedes Mal, wenn jetzt Johannes postet, kriege ich am Ende eine Benachrichtigung und kann dort kommentieren. Und das macht es halt relativ leicht, nicht immer dauernd nachgucken zu müssen. Anderes Beispiel, ich glaube, in dieser Welt ist so jemand wie Carsten Maschmeyer, der auch in dieser Unternehmenswelt ein Stück weit, glaube ich, als Influencer unterwegs ist. Und du siehst, er reicht einfach gefühlt ganz Deutschland mit seinen Posts. Und das bedeutet, dass man natürlich auch hier kommentieren kann und die Leute natürlich deinen Kommentar sehen. Und du siehst, das sind nicht viele Kommentare hier am Ende auf die Anzahl. Und so natürlich auch extrem viele Follower gewinnen kannst, wenn du da einen guten Kommentar hinterlässt. Ich glaube, das versteht sich von selbst, dass du dann auch was hinterlassen musst, was die Leute spannend finden oder relevant finden. Aber am Ende ist es wie so eine Mini-Content-Form, wo du deine Expertise zeigen kannst. Und dann die Leute natürlich auf dein Profil gehen. Und wenn sich das spannend anhört, was sie auf deinem Profil lesen, dann vernetzen sie sich natürlich auch mit dir. Und das ist natürlich ein cooler Trick, um die Leute am Ende dort hinzubekommen, wo man hinkommen will. Okay. Ansonsten vielleicht noch ein Beispiel, was ich mitgeben kann. Celine meiner Meinung nach auch in dem Markt unterwegs, was Business und Start-up sozusagen angeht. Und da könnte man genau das Gleiche machen. Du siehst hier, Glocke aktiviert. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einen Beitrag, sozusagen sieben Beitrag postet, kann ich dort kommentieren. Und weiß natürlich, dass es Leute sind, die auch in meiner Zielgruppe unterwegs sind. Und du siehst hier, die erreicht gefühlt halb LinkedIn. Insofern lohnt es sich, dort zu kommentieren. Strategie Nummer 4. Also da auch wirklich sich vorzunehmen, mal so 5 bis 10 richtig gute Kommentare, eher 5 gute Kommentare pro Tag bei diesen Influencern abzusetzen, kann ein immenser Hebel sein, um mit deinen Kontakten am Ende zu wachsen. Und die letzte Strategie, meiner Meinung nach, die nicht nur dem Netzwerkaufbau hilft, sondern am Ende auch ein Stück weit dir selbst hilft, deinen Content ein Stück weit anzuschieben, also du kannst so ein bisschen Win-Win zu machen, ist sich so mindestens 10 bis 20 Verbündete rauszusuchen, die so auf deinem Level vom Content ein Stück weit unterwegs sind. Ein paar Beispiele fallen mir ein. Zum Beispiel David, einer unserer Kunden, habe ich natürlich auch die Glocke aktiviert. Weil ich einfach David sozusagen bei seinem Content unterstützen möchte. Und am Ende das natürlich auch dafür sorgt, dass er sich sozusagen ein Stück weit revanchiert und natürlich auch mein Content ein Stück weit unterstützt. Und du siehst, bei David ist ordentlich was los hier. Also ich glaube, das ist noch nicht mal das Verrückteste. Also sich wirklich so 10 Leute rauszuschnappen, die vielleicht mit ähnlichen Themen unterwegs sind oder vielleicht auch einfach Freunde und Bekannte aus dem Alltag. Ein anderes Beispiel, Tim würde ich mir schnappen. Und auch da habe ich natürlich die Glocke aktiviert und like seine ganzen Sachen und kommentiere seine Sachen, um das gegenseitig sozusagen zu unterstützen. Und das ist sozusagen die letzte Strategie, weil das Coole daran ist. Ich habe das Gefühl, viele schieben immer ihren Content so ein Stück weit rein in die Plattform und das war's. Aber wenn du nicht so ein paar, mindestens so 10, 20 Verbündete hast, dann wird es unglaublich schwierig. Und das bedeutet, damit du auch Traction bekommst und Leute deine Sachen liken oder sich auch mit dir vernetzen, ist es natürlich immens wertvoll, sich Leute zu schnappen, die auch auf dem gleichen Weg sind. Anderes schönes Beispiel ist vielleicht Sebastian, der auch, glaube ich, gerade erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten vor LinkedIn gestartet ist. Auch da habe ich die Glocke aktiviert und auch da unterstütze ich ihn natürlich bei seinen Posts, sodass die Dinger vorangehen. Und du siehst hier, da ist richtig was los. Und das ist halt das Coole zu sehen, wenn man sich da gegenseitig unterstützt. Also das bedeutet, du brauchst da 10 bis 20 Verbündete. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich, glaube ich, eine Liste von über 50 Leuten sozusagen mir geschnappt habe, die alle auf LinkedIn aktiv sind und dann am Ende immer Benachrichtigungen bekomme, wenn die dann was posten. Und wenn ich die Zeit und den Blick habe und die 5 Minuten habe, dann like ich viele von den Sachen und kommentiere die am Ende natürlich auch. Und diese Strategien haben wirklich ultimativ dazu geführt, dass ich in den letzten Jahren über 19.000 Kontakte aufgebaut habe. Und das ist natürlich ein gigantischer Topf von potenziellen Wunschkunden, mit denen man auch am Ende vielleicht in den nächsten Jahren zusammenarbeitet. Und das ist, glaube ich, die riesige Chance, dass man sich wie so ein kleines externes CRM-System aufbauen kann über diese Plattform und wirklich mit diesen 5 Strategien meiner Meinung nach relativ schnell Follower aufbauen kann und sich wirklich auch ein aktives Netzwerk aufbauen kann. Ich hoffe, dass diese Tipps dir geholfen haben. Wenn du sozusagen tiefer einsteigen willst, wie du diese Leute auch konvertiert bekommst und wirklich Content erstellst, der dazu führt, dass die Leute eine Anfrage stellen bei dir, dann solltest du dir unbedingt das folgende Video jetzt anschauen. Da zeige ich dir nämlich unsere gesamte Content-Strategie für LinkedIn. Und vor allem zeige ich dir, wie wir es wirklich geschafft haben, in den letzten 90 Tagen unsere Reichweite fast zu verdoppeln und auf über 500.000 Ansichten zu bringen. Da ist wirklich alles drin, was ich gelernt habe in den letzten Post, welcher eine Erfolgsfaktor wirklich dabei entscheidend war, dass meine Reichweite mehr oder weniger explodiert ist. Wenn dich das interessiert, nicht nur, wie du deine Kontakte aufbaust, sondern wie du sie auch konvertierst, dann sieh dir unbedingt das Video jetzt gleich an und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.